Hallöche meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire the Masquerade Bloodlines mit Farodina in Continentia. Wir sind im wunderschön funkenden, glitzernden Chinatown und wir machen uns nun daran, ein wenig mit unserem Katana schnetzend durch unsere Gegnerhorden zu rennen, denn wir haben zu befreien eine wunderschöne Blume, ein verlorengegangenes Schätzchen eines Freundes. Also hinein in den Lotus, in die Blume, die da auf uns wartet. Ja, lasst sie uns alle töten. Alle. Lasst uns ihnen allen zeigen, dass es mehr gibt auf der Welt. Hallöchen auch. Junge Dame, wie geht es uns? Wie geht es uns? Wie steht es uns? Na? Alles gerecht? Du willst nicht mit mir reden, oder? Weil du meinen Charme erlegen würdest. Nein, weil ich nicht mit dir reden kann. Okay. Oh Gott! Ich bin nicht rassistisch. In keinster Art und Weise. Okay, Schlösserknacken ist bei uns bei 5. Das sei's, das wird nicht so einfach mit dem Schlösserknacken hier. Aber hier können wir rein. In die Umkleide. Danke, Baby. Vielen Dank. Okay. Okay. Ah, da seid ihr. Entschuldigung, ich hab euch übersehen. Haha, das kann ja mal vorkommen, ne? Ach, Schätzchen. Alles gut. Alles gut. Du musst dich nicht... Nein, reg dich nicht ohne... Ey. Das war nicht nett. Ich mag es nicht von hinten, okay? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du warst gerade eben noch nicht da. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Viel Spaß bei Overwatch, David. Ach so. Ich muss ja laden, ne? Okay, das ist ordentlich. Meine Herren! Die Typen haben es drauf. Lass mich mal bitte in Ruhe trinken, junger Mann. Finde ich ansonsten echt nicht nett von dir. Lass mich trinken! Ach! Wobei ich festbugge. Der Herr, ja? Ich merke schon. Einfach weiter rennen. Ignorieren wir die Typen da unten. Das ist doch sowieso alles nur nu. Ah! Duh! Äh, okay! Da ist er durch die Tür gepackt. Was ist passiert? Ja, das können wir aber hin. Das kriegen wir aber hin. Kommt schon, mach, mach. Mach doch. Danke. Ah, sehr schön. Open the door! Ah! Ich bin gekommen, um dich von den verlorenen Kindern zu befreien. Ich bin kein Tumba-Tong. Wow! Bist du von Ghosn, kleine Wiese? Ja, ich bin Kiki. Wer bist du denn? Der Tong-Welcoming-Kommitt? Oh, ich bin so empfassiert. Was? Wie, willst du mich, dass du dir oder was? In deinen Tränen, B***h! Okay, okay! Mann, du musst nicht alles sensibel werden. Ich bin sorry, okay? Kurz mal speichern, bevor die uns hier noch wegkrepiert. Die junge Dame. Wie hätten wir sonst da reinkommen müssen? Hätte hier irgendeiner einen Schlüssel gehabt? Wahrscheinlich. Ja, hätten wir uns gut abkürzen können. Hier geht es noch weiter runter, tatsächlich. Ich möchte mal wissen, was hier im Keller so vorhanden ist. Wow! Wo? Was? Wo kommst du denn her? Scheiß Chinesen, die sich in den Wänden verbergen. Ich hasse sie. Wo schon wieder? Was? Ach, das ist doch Ge-Cheater hier. Ich denke, ich kann nicht wissen, wer du hier bist. Ich kann nicht reden mit ihm. Ist doch okay. Geh in den Umkleider. Geh in weiter. Oh, oh, oh. Irgendwas zum Bluten hier? Nein. Ah, okay. Dann bin ich wieder weg. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber. Ja, noob. Nicht aus der Ruhe kommen. Schön weiter baden. Machen sie. Fein, junger Mann. Machen sie. Sehr fein. Ich bin stolz auf sie. Hat er fein gemacht. Okay. Ich denke mal, wir gehen einfach. Gehen wir einfach. Wir gehen einfach. Tschüssi. Kofsky. Ja, sie ist. Ah. Was? Ich komme hier nicht raus. Was ist nun los? Ich will hier raus. Das könnt ihr doch nicht machen. Was? Okay. Wieso komme ich hier nicht raus? What the fuck? Ah. 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 Was machst du denn da? Du kannst dich doch nicht so erschrecken. Junger Mann. Ach, scheiße. Unhöflich bis zuletzt. Aber danke für den Geldumschlag. Mwahaha. Idiot. Okay, haben wir es jetzt, ja? Mögen sie mir folgen. Möge. Hallo? Hast du Lust, mir zu folgen? Guck mal hier. Ja. Und dann kommst du bitte hier hin mit. Richtig. Hey. Sie kann was. Schön. Kommt sie mit? Ja. Und dann kommt sie hier mit. Ja. 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 Sie hat es gelernt. Schön. Schön. Und jetzt ist sie wo? Wahrscheinlich schon am Ziel, ja. Hoffen wir es mal. Manchmal ist dieses Spiel sehr, sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Hey, Stalker. Ja, das hier wird später auf YouTube hochgeladen. Keine Sorge. Die nächste, äh, die letzte Folge, die nächste Folge, diese Folge. Alle Folgen kommen früher oder später auf YouTube, mit nach Möglichkeit natürlich schon demnächst. Äh, es geht noch weiter nach unten. Ich will aber nach oben. Tür schließt. Fein. Ab nach oben. Epische Faschul-Animationen sind episch. Und... Ah, herzlich willkommen, mein Freund. Ich gebe dir eine große Gratitude. Du hast mir mein größtes Schatz zurückgebracht. Kiki hat mir erzählt, wie du sie geschlossert hast. Du bist eine Frau von großem Glauben und Ehre. Danke. Er redet von mir. Warum haben Ihnen die verlorenen Kinder Ihren Schatz genommen? Nein. Ich habe nicht gefunden, warum sie Kiki genommen haben. Aber ich schaue, dass es viel deeper geht als eine Tung. Vielleicht wollen sie ihr Lieferservice-Imperium übernehmen. Ah, diese Witze. Sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Ich werde immer schlechter. Aber egal. Äh, ja. Ihre Worte sind ein wenig undurchsichtig. For a long time I have been trying to clean up Chinatown. It was a difficult job, but the community came together. And we started to take back our streets from criminals like the Tung. Businesses reopened. Families moved back into their homes. Hm, anscheinend sind die Käfer in den Korb zurückgekrabbelt. Yes. I thought that the Tung were almost gone. But then something happened. Their numbers began to grow and suddenly they had a lot of fun. They had money to buy weapons. With them followed the drugs and the violence. It is almost worse now than before. Hey, wisst ihr was? Unser Stream ist mal wieder weg. Abgeschmiert. Wundervoll. Ich liebe es, wie alles unglaublich gut läuft. Bis gleich. So, meine lieben Herrschaften, da sind wir wieder. Leider ohne Stream. Der ist abgeschmiert. Bin ein bisschen angepisst. Wir werden also nicht mehr allzu lange machen, denn meine gute Laune ist verflogen. Die Folge wird also heute definitiv wesentlich kürzer als die letzte. Schauen wir mal. Ähm, wer ist die Hand, die diese Drähte zieht? Lassen Sie Ihren Worten freien Lauf. Dann vertiefen wir uns nun in mein Dilemma. Of course. What can I help you with? Ich suche den Schatten einer vermissten Seele. Who is this person? Barabbos. Hmm. What else can you tell me about him? Er ist, ich meine, er arbeitet für, äh, ich darf nicht zu viel sagen. I see. I do not think I could find him for you, but I know someone who could. Hmm, ja, we. His name is Zhao. He is the man who called me and told me where Kiki was being held. Zhao has many connections. He owns an import-export warehouse in Chinatown. Go and see him there. I will call ahead and tell him to expect you. Malen Sie mir ein Bild von Chinatown. What would you like to know? Hmm, der Tempel des Togenkraftengolds. The Temple of Golden Virtue has been here in Chinatown for a long, long time. Even before I was born. For many years it was old and forgotten. But Ming Zhao bought it and restored it to its former glory. Warum wirft die Herrin ihren Schatten auf diesen geholdenen Tempel? Ming Zhao holds our culture and our traditions in very high regard. The Temple is a symbol of our strength as a people. It brings hope to the community. Haben Sie schon mal an diesen Tempel aus Gold gebetet? No. Ming Zhao receives her visitors in an antechamber, but no one is allowed to enter the temple itself. She tells me that it is a holy place and that it needs to be left undisturbed. Die Herrin ist so weise, wie man den Verstand verunstaltet. Yes, I think so too. Many things she has told me have come to pass. I believe she is a holy woman, sent to us from the gods to help rebuild our community. Ich bin schon fort. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich schwebe hinfort, um ihn zu finden, deinen Kontakt, auf das er mir helfen möge, auf schnellen Schwingen diese Stadt wieder einmal zu verlassen. Oh ja, das hoffe ich wohl. Doch ihr, meine Lieben, ihr müsst euch gedulden, denn wie gesagt, ich bin etwas angepisst und wir werden in dieser Folge nichts mehr machen. Es tut mir leid. Sehr kurze Folge. Aber ich bin gerade so sauer und da ist meine ganze Spontanität irgendwie jetzt weg. Meine ganze Lust eigentlich aufzunehmen. Denn ich habe gerade eine halbe Stunde versucht, den Stream neu zu starten. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ihr liebes Lootube. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Wuh-huuu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020